Ja Hallihallo und herzlich Willkommen auf Shorties Astro Base. Zwei Jahre arbeite ich jetzt schon mit meinem Maxotov hier von Celestron und deshalb habe ich mir gedacht nach zwei Jahren wird es mal Zeit für einen Review. Es handelt sich um den Celestron Nexstar 127 SLT wie der Name also schon sagt mit 127 mm Öffnung und die Brennweite von dem Ding ist 1500 mm und das bei einer sehr kompakten Bauweise und das ist auch ein Vorteil der Maxotov Geräte. Das Licht fällt vorne durch eine große Linse ins Teleskop, hinten auf den Hauptspiegel, wird vom Hauptspiegel zurück reflektiert vorne auf einen kleineren Spiegel und von da nochmal nach hinten direkt in den Okularauszug bzw. ins Okular. Dadurch kommt trotz der relativ geringen Größe des Maxotov eine sehr hohe Brennweite zustande. Wenn ihr euch stattdessen mal ein Newton Teleskop anschaut mit 1500 mm Brennweite das ist dann schon ganz schön lang und ja wie gesagt das ist der Vorteil des Maxotov. Der Tupus ist aus Aluminium, der ist von daher relativ leicht, hat 3,3 Kilo so in etwa und von daher auch sehr leicht transportabel und das war mir auch wichtig, wo ich mir damals das Teleskop gekauft habe, dass es leicht zu transportieren ist. Ausgeliefert wird das Ganze mit einem LED-Leuchtpunktsucher und der projiziert einen kleinen roten Leuchtpunkt in den Himmel, um euch die Suche nach eurem Objekt zu erleichtern. Ihr zählt also mit diesem kleinen Punkt auf das Objekt, was ihr beobachten möchtet und wenn er optimal ausgerichtet ist, was ihr vorher im Übrigen machen solltet, dann seht ihr das Objekt auch hier in eurem Teleskop bzw. im Okular. So, dazu kommen noch zwei Blösselokulare. Einmal ein 25mm und einmal ein 9mm Okular von Celestron, die werden mitgeliefert und natürlich der Zenitspiegel, den ihr heute in den Okularauszug steckt, damit ihr euch nicht vor das Teleskop unten hin knien müsst, um durchzuschauen, sondern schön bequem von oben ins Okular schauen könnt. So, dann kommen wir zur Montierung. Der Tubus wird mit einer Wichsenschiene an der Montierung befestigt, so wie es eigentlich gängig ist, für größere Teleskope sag ich mal. Und es handelt sich hierbei um eine azimutale Montierung. Das ganze wird betrieben. Ich mach mal den Deckel auf. So, mit 8 R6 Batterien. Die halten auch relativ lange, muss ich sagen. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch mit dem ganzen und hab eigentlich gedacht, dass die sehr schnell leer werden. Das ist aber nicht der Fall. Also, ich hab sie in den zwei Jahren, wo ich den Maxutoff jetzt benutze, zweimal gewechselt. Hab allerdings auch keine sehr langen Beobachtungsnächte gemacht. Also, ich hab ja nur Planeten damit beobachtet. Und ich sag mal, das war immer so ein bis zwei Stunden. Aber doch mehrmals. Also, die Batterien halten doch ziemlich lange. Das ganze ist montiert auf einem Stahlstativ. Und hier kommen wir auch gleich zur größten Schwäche des ganzen. Nämlich das Stativ. Das ganze ist nicht so stabil, wie es eigentlich sein sollte. Ja, wenn ich hier mal ein bisschen dran wacke, ihr seht schon. Ist nicht ganz so stabil. Und das macht sich auch bemerkbar. Nämlich gerade dann, wenn man zum Beispiel den Fokus nachstellt. Dann merkt man schon, dass das Bild doch ganz schön wackelt. Und auch so ein paar Sekunden nach wackelt noch. Also, wenn man hinten wieder die Finger weg hat. Und dann schwankt das schon noch ein bisschen nach. Und das ganze ist sehr windanfällig. Also, man baut natürlich jetzt nicht bei Sturm auf. Klar baut kein Astrofotograf auf. Ja, oder jemand der halt visuell beobachten will. Aber ich habe doch schon gemerkt, wenn leichter Wind geht. Und zwischendrin mal eine leichtere Böe kommt. Dann wackelt das ganze auch. Und man hat dann auch Probleme, das Objekt im Bildfeld zu behalten. Es gibt sicherlich bessere Stative für Montierungen. So, das ganze geht noch mit einer Handsteuerung. Denn das Next Star hat die Go To Funktion. Das heißt, das Teleskop oder beziehungsweise der Computer an der Montierung hat Objekte gespeichert. Das sind sowohl unser Sonnensystem als auch Deep Sky Objekte. 4.000 sind gespeichert, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube es waren 4.000. Und die kann ich hier mit der Handsteuerbox anwählen. Und das Teleskop fährt dann automatisch zu dieser Stelle, wo dieses Objekt an dem Tag und um die Uhrzeit stehen sollte. Oder steht. Vorausgesetzt dafür ist aber, dass ich das Teleskop vorher ausgerichtet habe. Und dafür gibt es hier 4 Methoden. Das Celestron arbeitet mit Sky Align. Zur Auswahl habe ich hier das 3 Stern Align, 2 Stern, 1 Stern und das Solar Align. 3 Stern, 2 Stern, 1 Stern erklärt sich eigentlich von selbst. Bei der 3 Stern Methode sagt mir das Teleskop, du wählst jetzt 3 helle Sterne aus, die möglichst am Himmel ein bisschen verteilt sind. Fährst die an. Also wir fangen an mit Stern 1. Ich fahre den manuell an, schaue durch den Sucher, sehe dass ich ihn dort habe, bestätige das. Schaue dann durchs Okular, gucke ob ich ihn da auch mittig habe und bestätige das Ganze dann nochmal. Das mache ich bei allen 3 Sternen. Und damit ist das 3 Stern Align dann abgeschlossen. Gleich funktioniert es auch mit 2 Stern. Und dann gibt es noch die 1 Stern Methode und das Solar Align. Der Unterschied bei diesen beiden ist, dass ich im Gegensatz zum 3 Stern und 2 Stern Align, die Objekte die ich anfahre namentlich kennen muss. Denn ich muss dem Teleskop dann sagen, hey, als Stern fahre ich jetzt Sirius an. Oder einen anderen hellen Stern, den ich namentlich kenne. Und das gleiche auch beim Solar Align. Ich muss dem Teleskop also sagen, pass auf, ich fahre jetzt Jupiter an. Dann errechnet das Teleskop, wo ich mich gerade befinde bzw. wo sich die Objekte befinden. Und mitteilen muss ich dem Teleskop natürlich vorher auch meine Zeitzone. Und einmalig ganz am Anfang, wenn ich das Teleskop das erste Mal in Betrieb nehme, muss ich ihm auch meine Koordinaten mitteilen. Und dann noch jedes Mal, wenn ich den Betrieb nehme, natürlich Datum und Uhrzeit. Dann kann ich die GoTo Funktion nutzen. Das heißt, wenn ich das Teleskop einmal ausgerichtet habe, nehme ich meine Handsteuerbox und sage ihm jetzt, ich möchte jetzt Mars beobachten. Ich gebe hier ein, dass es zum Mars schwenken soll und das Teleskop fährt Mars dann automatisch an. Funktioniert auch relativ gut. Ich hatte die gesuchten Objekte eigentlich immer gleich im Bildfeld. Also da hatte ich noch keine Probleme vorausgesetzt. Man hat das Alignment ordentlich durchgeführt. Voraussetzung dafür ist natürlich auch, dass das Stativ richtig aufgestellt ist. Also es muss gerade stehen. Dafür habe ich hier oben drauf eine kleine Wasserwaage. Und jeder kennt eine Wasserwaage. Man hat ein kleines Bläschen und wenn alles schön gerade ist, befindet sich dieses Bläschen in der Mitte des Wasserkolbens. Genauso ist es auch hier. Ich habe ein kleines Bläschen und das sollte sich in der Mitte einer Markierung befinden, dann steht das Stativ gerade. Das ist wichtig für die Nachführung. Denn wenn das Teleskop einmal ausgerichtet ist und ein Objekt angefahren ist, führt das Teleskop dieses Objekt auch automatisch nach. Und damit kommen wir zur zweiten Schwäche der Montierung. Nämlich dadurch, dass es eine asymutale Montierung ist, führt sie nur nach oben oder unten beziehungsweise nach links oder rechts nach. Im Vergleich zu einer parallaktischen Montierung. Die parallaktischen Montierungen führen ja das Objekt auf seiner Bahn nach. Ich erkläre es euch mal kurz. Unsere Himmelsobjekte bewegen sich ja nicht so am Himmel. Die bewegen sich ja so. Und das führt die asymutale Montierung nicht nach. Das heißt, sie führt die Bildfeldrotation nicht nach. Und jetzt kommen wir mal von der visuellen Beobachtung zur Astrofotografie. Also Planeten, kein Thema. Habe ich die ganzen zwei Jahre gemacht. Da ist das Teleskop absolut top. Scharfe Bilder. Ihr könnt auch gerne auf meinem Kanal mal schauen. Ich habe einige Videos dazu gemacht, was ich mit dem Maxartoff hier aufgenommen habe. Aber Deep Sky. Deep Sky ist mit dem Maxartoff so eine Sache. Natürlich ist es theoretisch möglich, Deep Sky Aufnahmen damit zu machen. Nicht nur theoretisch, es ist auch praktisch möglich. Aber nicht mit dieser Montierung. Wenn ihr mit dem Maxartoff Deep Sky Aufnahmen machen wollt, braucht ihr definitiv eine parallaktische Montierung. Denn dadurch, dass der Maxartoff auch so eine hohe Brennweite hat, ist das Bildfeld relativ klein. Weil es stark vergrößert wird. Und je kleiner das Bildfeld ist, was ihr habt, umso genauer muss die Nachführung sein. Ich habe es hier mal ausprobiert. Und zwar am Flammennebel. Habe mal versucht mit dieser Montierung den Flammennebel eine Stunde lang zu belichten. Mit meiner Spiegelreflexkamera. Und bis 30 Minuten ging das Ganze relativ gut. Nach den 30 Minuten habe ich aber an den Aufnahmen gesehen, dass der Stern, den ich anvisiert habe, in diesem Fall war es Alnitak, langsam aus dem Bildfeld verschwunden ist. Und damit natürlich auch der Flammennebel. Das war ein Problem. Und ich hatte vorher das Stativ korrekt ausgerichtet. Ich hatte auch das Star Line korrekt durchgeführt. Also da hat die Nachführung gepasst. Aber wie gesagt, durch diese feste Nachführung oben, unten, links, rechts und dem kleinen Bildfeld ist es halt schlecht. Man muss halt während einer langen Belichtungszeit, wenn ihr jetzt eine Stunde belichten wollt, zwischendrin die Nachführung oder beziehungsweise die Position immer mal anpassen und korrigieren. Aber wie gesagt, wenn ihr Deep Sky Aufnahmen machen wollt, kauft euch definitiv eine parallaktische Montierung. Ja, das ist mit dieser Montierung hier ein bisschen ein Krampf. Schade, denn das Teleskop kostet, so wie es hier steht jetzt im Moment, um die 800 bis 850 Euro. Das ist nicht billig. Ja, muss man für sich selbst entscheiden, ob es einem das wert ist für ein Teleskop, mit dem man vorrangig Planeten beobachten beziehungsweise fotografieren kann. Und was halt nicht so für Deep Sky geeignet ist. Außer man kauft sich noch zusätzlich eine Montierung. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, was so eine parallaktische Montierung kostet. Und als eigene ordentliche mit Go-To Funktion und die ihr auch über den Computer steuern könnt, seid ihr da gerne nochmal 700 bis 800 Euro los. Apropos Computersteuerung. Ihr könnt das Teleskop auch über den PC steuern. Ihr habt unten an der Handsteuerbox einen Anschluss für einen RJ232 Anschluss und damit könnt ihr die Handsteuerbox mit dem PC verbinden. Es gibt eine Software dazu von Celestron, mit der ihr das Teleskop dann über den PC steuern könnt. Also auch das manuelle Anfahren könnt ihr dann über den PC steuern. Mal an dieser Stelle noch ein kleiner Nachtrag von mir, was das Thema Deep Sky Astrofotografie mit dem Celestron Maxeltoff betrifft. Wenn ihr größere Deep Sky Objekte fotografieren wollt, wie zum Beispiel hier die Andromeda Galaxie, dann solltet ihr definitiv noch einen Reducer verwenden. Denn wie ihr seht, dieser rote Rahmen hier ist der Chip meiner DSLR. In diesem Fall die Canon 450D und wie ihr seht passt Andromeda hier nicht ins Bildfeld. Das kommt durch die 1500 Millimeter Brennweite des 127 SLT und hier solltet ihr definitiv einen Reducer verwenden, um die Brennweite zu halbieren, dass ihr das Ganze auch ins Bildfeld bekommt. Das gleiche gilt für den Orion Nebel. Wie ihr seht, hier passt gerade so das Zentrum rein, sage ich mal. Der Pferdekopf Nebel hier, der ist relativ klein, das würde passen, auch der Flammen Nebel hier oben würde passen. Aber der Rosetten Nebel zum Beispiel ist schon wieder viel zu groß. Ja, hier habt ihr wieder den roten Rahmen, ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen, weil der Rosetten Nebel selbst sehr rötlich ist. Aber wie gesagt, für solche Aufnahmen, dann nutzt ihr bitte einen Reducer, der die Brennweite halbiert und dann bekommt ihr die auch schön ins Bildfeld. Achso, eines noch, ihr habt das sicherlich schon mal gehört, gerade bei Newton Teleskopen, wenn ihr die öfter transportieren müsst, gerade auch im Auto, kann es passieren, dass der Hauptspiegel hinten ganz leicht verkippt. Das heißt, das Teleskop ist dann dekollimaniert. Der Hauptspiegel sitzt also dann leicht schief und ihr bekommt keine scharfen Bilder mehr. Beim Maxutoff durch seine kompakte und stabile Bauweise ist das relativ unwahrscheinlich, dass das passiert. Also mir ist es in den zwei Jahren noch nicht passiert und ich transportiere das Teleskop sehr sehr oft mit dem Auto auch über holprige Feldwege, also nicht nur auf schönen glatten Straßen. Sollte das ganze beim Maxutoff doch mal passieren, ich fahre ihn mal mit der Rückseite zu euch, dass ihr das mal seht halt, fahren wir mal so rum. Ich glaube die Batterien geben auch langsam den Geist auf, weil ich das Thema vorhin gerade hatte mit der Haltbarkeit der Batterien. So, das soll reichen. Ihr seht hier hinten auf der Rückseite sechs Schrauben. Wir haben drei größere Schrauben und drei kleinere Schrauben, jeweils Imbusschrauben und damit könnt ihr den Hauptspiegel wieder richtig ausrichten. Die drei größeren Schrauben sind dafür da den Spiegel nach vorne zu drücken, also in Richtung Linse des Teleskops und die drei kleinen sind dafür da den Spiegel nach hinten zu ziehen, also Richtung Okularauszug. Damit könnt ihr den Spiegel dann wieder richtig ausrichten. Braucht ein bisschen Feingefühl, braucht auch ein bisschen Übung, aber wie gesagt bei Maxutoff absolut unwahrscheinlich, dass der sich mal decolli maniert. Also ich habe es noch nicht gehabt, ja. Falls das doch mal passieren sollte, wisst ihr jetzt wenigstens wie das ganze funktioniert. Könnt ihr euch auch mal auf YouTube extra Videos dazu anschauen, wie das dann genau funktioniert. Ich will jetzt kein Video dazu machen, weil ich will meinen Spiegel nicht extra verstellen. So und was mir gleich noch einfällt, weil ich den Okularauszug hier hinten sehe, weil wir gerade bei der Astrofotografie waren. Der Maxutoff hier hat einen 1 Viertel Zoll Okularauszug und darin könnt ihr eure Kameras befestigen mit einem 1 Viertel Zoll Steckaufsatz. Ganz normal, wie ihr es bei den Okularen auch macht. Ja so, mit den Klemmstrauben hier hinten. Oder, was ihr auch machen könnt, wenn ihr Spiegelreflexkameras verwendet. An euren Spiegelreflexkameras habt ihr ja, um sie am Teleskop anzubringen, einen sogenannten T2 Ring befestigt. Und der Okularauszug des Maxutoff hat ein Gewinde. Und ihr könnt auch hier direkt den T2 Ring anschrauben und damit eure Spiegelreflexkamera schön per Gewinde hier befestigen. Sitzt dann auch bombenfest. Könnt ihr auch sicher sein, dass nichts rausrutschen kann. Ja, was durchaus passieren kann, wenn ihr eine sehr schwere Kamera habt und ihr habt die Klemmschrauben nicht richtig fest gedreht. Dann kann es auch passieren, das ganze rutscht mal raus. Sollte nicht passieren. So, gut, pass noch am Rande. Machen wir das ganze mal wieder weg. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen. Also ich fasse nochmal zusammen. Es ist ein sehr gutes Teleskop. Es ist sehr gut zu transportieren. Es ist leicht. Es ist einfach aufzubauen. Im Gegensatz zur parallaktischen Montierung, die ihr erst nach dem Polarstern ausrichten müsst und so weiter und so fort. Hier ist es mit dem Star Align wesentlich einfacher. Ihr geht also einfach raus, stellt die Montierung ordentlich auf, schaltet ein, macht das Align und könnt im Prinzip schon loslegen. Aber eben für Deep Sky, also für Deep Sky Beobachtungen, das was durch das Teleskop zu sehen ist, funktioniert es natürlich auch. Aber für die Astrofotografie und vor allem für die Deep Sky Fotografie ist die Montierung definitiv nicht gemacht. Wie gesagt, müsst ihr selbst entscheiden, ob sich das für euch lohnt oder ob es sich nicht lohnt. Also ich muss sagen, für mich hat es sich gelohnt. Ich bin eigentlich derjenige, der sehr gerne Planetenbeobachtungen macht und auch sehr gerne Planeten fotografiert. Nächstes Jahr möchte ich auch in die Deep Sky Fotografie gehen. Dafür nutze ich aber nicht den Maxotow. Dafür kommt bei mir noch ein kleiner Refraktor und mitsamt einem Star Tracker. Und der Maxotow hier, der wird weiterhin für die Planetenfotografie verwendet werden. Eventuell kaufe ich mir dann so Ende nächstes Jahr noch eine parallaktische Montierung für den Maxotow. So dass ich auch kleinere Deep Sky Objekte damit fotografieren kann, wie zum Beispiel kleinere Galaxien oder ähnliches. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick geben, was das Teleskop kann und was nicht. Dann würde ich sagen, schwenke ich das Ganze nochmal rum. Und ja, an dieser Stelle hoffe ich, dass ich euch mit dem Review ein bisschen weitergewerfen habe. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten folgt mir gerne auch auf Instagram, auf Twitter oder meinem Discord. Auch da gibt es regelmäßig Informationen über meine Astrofotografie und über eventuelles neues Equipment. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, je nachdem wann ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.